Die deutsche Börse ist als Handelsplatz aus Europa nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen ist aber auch selbst eine Aktiengesellschaft und deswegen schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen das Unternehmen selbst an, den Aktienkurs und die Dividenden. In ihren tiefsten Wurzeln geht der Handelsplatz Frankfurt bis ins 16. Jahrhundert zurück, schon beeindruckende rund 400 Jahre. Damals natürlich noch in einer komplett anderen Form, aber der Grundgedanke des transparenten Handels ist damals wie heute der gleiche. In ihrer jetzigen Form als Deutsche Börse AG gibt es das Unternehmen schon seit Dezember 1992. Die Gruppe hat mehrere Töchterfirmen und Beteiligungen rund um den Globus. Die Terminbörse Eurex, wo beispielsweise Optionen gehandelt werden und die Verwahrstelle Clearstream, wo auch Aktien gelagert werden, gehört da auch mit dazu. Weltweit gibt es ungefähr 11.000 Mitarbeiter und der Unternehmenssitz ist nach wie vor seit jeher in Frankfurt am Main, Deutschland. Schauen wir mal auf die Dividenden. Die werden regelmäßig ausgeschüttet, im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen allerdings nur einmal pro Jahr. In den letzten 10 Jahren ist die Dividende zumindest nicht gesenkt worden, am Anfang gleich geblieben und in den letzten 8 Jahren jährlich gesteigert worden. Bei der letzten Dividendenausschüttung im Mai 2023 sind 3,60 Euro pro Aktie ausbezahlt worden. Zum damaligen Kurs, der ein Stück tiefer war als heute, war das eine Dividendenrendite von 2,1%. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt bei 38% und auf den freien Cashflow bei 31%. Die heutige Dividendenrendite beträgt etwa 1,9%. Schauen wir auf den Aktienkurs der letzten 5 Jahre. Der hat eine beeindruckende Kursperformance von rund 72% hingelegt. Der Tiefststand ist im Corona-Jahr im März 2020 bei ungefähr 101 Euro markiert worden und der Höchststand war erst vor wenigen Tagen, im Jänner 2024. Schauen wir auf den Chart des letzten Jahres. Der ist überdurchschnittlich gelaufen mit einer Kursperformance von rund 16%. Das ist sehr überdurchschnittlich und auch überdurchschnittlich im Vergleich der letzten 5 Jahre. Verantwortlich dafür ist, wie man am Chart gut erkennen kann, ausschließlich die Kurs-Endrallye des Jahres 2023. Der Tiefststand war bei 152,60 Euro Mitte Oktober. Trotz des Kurses, der schon so weit gelaufen ist, ruft Simply Wall Street eine faire Bewertung von ungefähr 208 Euro aus. Und damit wäre das eine Unterperformance derzeit von rund 10%. Ein wenig tiefer als der faire Wert liegt das ausgerufene Kursziel von mehreren Analysten, nämlich bei 197 Euro in etwa, was aus jetziger Sicht ein Kurspotenzial von rund 6% wäre. 6%, das ist jetzt nicht so viel und die Frage ist überhaupt, ob das denn erreicht wird. Denn durch die neuen Höchststände, die wir gerade in der Aktie sehen, nehmen erfahrungsgemäß viele Aktionäre die Gewinne auch mal gerne mit und verkaufen das Ding. Vor allem der enorme Kursanstieg der letzten drei Monate, den gilt es hier zu beachten. Denn schließlich reden wir hier von einem Wachstum von 22%. Auf alle Betrachtungszeiträume, die wir uns gerade angeschaut haben, also fünf Jahre, ein Jahr oder auch drei Monate, ist diese Kursperformance weit überdurchschnittlich. Und deswegen ist der jetzige Zeitpunkt, um in den Wert einzusteigen, wohl als eher schlecht zu interpretieren. Damit ich mir die Aktie in mein Depot lege, müsste der Kurs korrigieren. Und zwar ordentlich korrigieren. Denn grundsätzlich zähle ich schon mal lieber auf amerikanische Werte, wie auch in diesem Video hier oben zu sehen ist. Und da müsste diese Aktie schon einen deutlichen Anreiz bieten, damit ich sie mir kaufe. Aus Sicht der Dividendenzahlungen sieht der Wert jedenfalls ganz gut aus. Die Dividendensteigerungen der letzten Jahre und der Ausblick auf die Zukunft lässt vermuten, dass die Dividenden weiter so steigen und dass die Aktie damit eine gute Investition ist. Allerdings sind bis zum nächsten X-Tag, vermutlich im Mai, noch einige Monate hin. Und die Chance, dass der Kurs bis dahin korrigiert, ist doch eher als hoch einzustufen. Und damit würde sich nicht nur das zukünftige Kurspotenzial erhöhen, sondern natürlich auch die Dividendeneinstiegsrendite, wenn der Einstiegskurs sinkt. Grundsätzlich steht das Unternehmen aber ganz gut da. Nicht nur der Umsatz, auch die Gewinne sind die letzten Jahre immer gestiegen. Unter Blick auf den langfristigen Chart weckt die Hoffnung, dass der Kursverlauf über die nächsten Jahre hinweg auch noch weiter steil nach oben geht. Das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Börse spricht jedenfalls dafür, die Börse ist aus dem europäischen Handel nicht mehr wegzudenken und wird auch zukünftig für einen geordneten und transparenten Handel sorgen. Der Umsatz durch die breite Aufstellung und die vielen Produkte des Unternehmens könnte nur durch eine mehrjährige BES verschlechtert werden. Oder auch, falls die Regierung oder die Europäische Union auf die Idee kommen, den Handel etwas weiter zu beschränken, wie es kürzlich für die Regulierung für den Payment for Order Flow angedacht worden ist. Grundsätzlich steigt die Aktionärskultur in Europa allerdings. Langsam, aber doch. Und das stimmt einem irgendwie doch wieder positiv für die Zukunft. Wenn du gern an der Börse investierst, lass doch bitte ein Like da, damit andere auch auf das Video aufmerksam werden. Und wir sehen uns sicher gleich in diesen Videos hier wieder.